So, willkommen bei den Hunger Games. Wir sind voll gut. Wir machen Leute mit, wie zum Beispiel der Delay. Und meine Apfelschorle macht da nicht mit. Den hab ich ja schon besiegt. So. Oh nein, es geht los. Es geht los. Wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg. Ganz schnell. Schnelligkeitsgrad 300. Du blöde Kuh. Ich hoffe mal, dass wir das hier schaffen. Du kannst das ausdrinken. Ja, der Apfel darf, der ist ganz lecker. Und den kauf ich mir immer bei Schlecker. Und ja, ja. Oh. Wir müssen hier Kisten suchen. Dann sind da Sachen drin. Wie zum Beispiel mit dem Albassar. Also nicht mit dem Albassar, sondern ganz grotes. Wir müssen hier gut. Wir müssen hier ein Nudeln trinken. Ach, vielleicht schmeckt gut, denn er ist immer lecker. Kiste? Kiste! Kiste! Moment. Moment. Moment, das geht. Wir können das sogar hoch. Ist hier eine Kiste? Die Finger dürfen wir zerschlagen. Das ist ja so bei den Hunger Games. War auch letztes Mal so. Und wir werden es jetzt spielen. So. Wir gucken mal auf den Dach. Hier ist gar keine Kiste. Wow. Das Delay. Wir hauen ab. Ihr wollt mich besiegen? Dann müsst ihr erst mal an mir vorbei. Denn ich bin mit scharfer Tomatensaft. Und ich bin ganz scharf. Scharfer als alles, das ihr gesehen habt, den ich nicht verwendet. Aber ich glaube, der hat eh noch nichts. Und will uns auch gar nicht vergewaltigen und so. Das hat mir der Manuel dabei gemacht. Und ich bin mit einem Rat. Jetzt werden wir... Oh. Hier ist Glas. Ich glaube, da geht es nicht weiter. Wir brauchen auf jeden Fall ne Waffe, wie zum Beispiel das Gewehr von meinem Opa früher, das er in meinem Knie eigentlich gemetzt hat. Ich mach euch platt, ich mach, ich mach, ich mach euch platt, ihr Doofmanns. Euch platt, euch platt, euch platt, ja, ich mach euch platt, ihr Doofmanns. Ich werde verfolgt. So, das geht nicht. Ihr könnt nix gegen mich machen, denn ich mach euch platt, man. Nichts, nix, nix könnt ihr machen, ihr Doofmanns. Wir müssen hier weg. Ich glaube wir haben schon verloren. Jo, jo, ich bin Tomatensaft und mach euch platt, man. Jo, ich hab auch... Alles wegen dem Typen da. Der ist so wie Doofmanns. Die werden euch auch noch fertig machen, ihr seid Doofmanns. Ihr habt sie noch nie gesehen, dann werdet ihr sie nicht besiegen. Jo, ich hab auch schon mal Marihuana geraucht. Der Manuel nimmt gar nicht auf. Ja, und ich trinke auch Alkohol. Ohne meine Mama zu fragen. Ja, ich frag gar keinen, denn ich leb auf der Straße. Der verfolgt mich immer noch. Jo, ich bin schon, was Tomatensaft und ich mach euch platt. Ich erschieße jeden. Die müssen uns verstecken. Ja, ich erschieße wirklich jeden. Oh, da ist noch einer. Am besten gehen wir da hinten hin. Ja, so ist das Leben. Jo, ich bin schon, was Tomatensaft. Ich mach euch platt, man. Ihr habt nichts gegen mich, denn ich kann fast gar nicht beliebt werden. Ja, da ist nicht gut. Da hinten ist noch einer. Abfiltern. Und Mineralwasser. DNA-Digitation. Ich hab auf. Apfelschorde. Apfelschorde schmeckt und man kann die Tränke. Ja, Apfelsaft. Oma Rosi hatte jetzt gesagt. Du schaffst das schon, alter Meule. Oma, Rosi Tati ist ganz nett. Aber, ich glaube wir verlieren. Voller schick ich immer Schokolade. Und Apfel. Apfel, Apfel, Apfel. 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 Muss man auch ganz auskriegen. Ja, der Apfel darf, der ist ganz lecker. Und den kauf ich mir immer bei Schlecker unter. Apfel, Apfel, Apfel. Das ist doof hier. Jetzt kommt sie zu mir. Da gibt's Schokolade. Schokolade. Apfel, das ist gut. Wir müssen jetzt nur nicht trinken. Apfel, das schmeckt gut. Denn er ist der Mann. Gut. Wir gehen jetzt hier weiter. Apfel, 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 Apfel. Wir brauchen Ecken. Am besten holen wir uns Äpfel. Äpfel kriegt man von den Apfelern. Also hier, da kriegt man Äpfel. Das hat mir beim letzten Hunger Gumpf einer beigebracht. Apfel, Apfel, gut. Geht uns herzlich jetzt trinken. Apfel, Apfel, Apfel. Apfel, Apfel. Wo? Ja, der lecker wie Schokolade. Ja, Schokolade ist nämlich auch lecker. Die kann man auch essen. Und Apfelsast muss man trinken. In der M-A-R-A-D, die kann man trinken. Es ist eine der Schokolade. Die wollen die Tomatensaft nicht ändern. Die Kamerapaen nicht mehr schmieden. Aber es sind wirklich so, wie in die Schokolade das ist. Du machst so richtig kräftig. Toll! Alles nur wegen dem Street Gamer! Der dofe Street Gamer ist daran schuld! Den wir ein bisschen hilf! Ihr wollt an mir vorbei, das schafft ihr dann, ihr Doofmann! Denn ihr müsst erst mal an mir vorbei, ihr blöden Doofmann! Ich bin auf der Straße aufgewachsen und nehm Drogen! Ja, ich bin der Harteste, den ihr jemals gesehen habt! Ich mach euch platt, ihr Doofmann! Das ist ein ganz Böger! Die nennen es! Den Doofmann! Ja, ich mach euch platt, ihr Doofmann! Der ist genauso doof wie der Manuel hier! Und mach euch platt, man! Alles doof, neuer! Da trink ich ja lieber Apfelschorle! Anstatt hier mit denen zu spielen! Nichts könnt ihr machen! Ihr Doofmann! Ja, du bist doof Manuel! Genau du! Dich mein ich! Ja, du bist ein Dober! Manuel! Ja, ich bin Dober Tinsach! Und nach euch lang! Ja, ich hab auch günster Freunde, zum Beispiel Bananensach! Ich hab auch schon mal Marihuana geraucht! Ja, ich hab auch schon mal Marihuana geraucht! Da war ich ganz, ganz cool! Ja! Und ich trink auch Alkohol! Ohne meine Mama zu fragen! Ja! Ich frag gar keinen! Denn ich bin auf der Straße! Waren wir, waren doch hier! Die Hunger Games für heute! Ich hab verliert! Alles nur wegen dem doof Manuel da oben! Ja! Und TruMG! Die Doofmänner! Ja! Die sind ganz böse! Und ich sage jetzt... Tschüss Leute! Ja! Und... TruMG! Du bist ein ganz, ganz dober Doofmann! Ich hasse dich! Und... Du bist doof! Tschüss Leute! Tschüss!